Oh, der Lockheil ist abgelaufen. Ja, also wie gesagt, Hallo, hallo, hallo. So. Ja, wir spielen Männerlords. Ja, und müssen uns erstmal einen Charakter erstellen. Ja, aber mit dem Killing. Und ich will was grünes. Oh Gott. So, was nehmen wir? Einen Reifen. Eine Hose. Oh. Feld B. Einen Reifen. Einen Reifen. Einen Reifen. 0,5. Oh, ja, das sieht besser aus. Nehmen wir hier auf Schwarz. Einen Reifen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und wie viele? Ich habe 10 Familien Okay Nicht zu... Okay, alles klar Okay Okay Nice An mancher Okay 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. Okay, ich hab Grundwasser. Weizen, Flachs, Gäste, Roggen, oh. Okay, die wollen einen Marktplatz haben. Okay, ich hab. Okay, alles klar. Okay, alles klar. Oh. Ich glaube, ich fange erst mal klein an. Okay. 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 Lebensmittellager. Okay. Der Markt läuft. Okay. Forsthaus, Sägegrube. Brennholzhütte. Bauholz. Okay. 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 Gleichengrube. So, wo habe ich denn hier Grundwasser? Nirgendwo? Nirgendwo? Alles klar. Ja, ich baue hier gerade eins. Okay. 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 conscрать persecutor? Spannende Musik Okay, die warten noch, weil wir Obdachlose haben. Während Menschen zugegeben, müssen wir Arbeitsvielstein aufgeteilt. Okay. Okay. Obdachlose besiedeln Höfe, wenn die zufrieden sind, werden auch neu füllen, so mehr als in meinen Tüten. Okay. Bedürfnis der Bewohner. Wasserzugang, Kirche, Brennstoffstand, Lebensmittel, okay. 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 Komm along. Okay, dann bauen wir nochmal eben. Okay. 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 Bauen wir erstmal klein, so. Okay, was brauchen wir denn für eine Kirche, 20 Bretter. Okay, Abbaugrube, okay, fördert Erze, Jägerlager. Okay, reinlegen wir gleich für die Arbeit hinter der Zugang zu Kräutern. Okay, hängt das hier mit dem Bärenbüschen? Okay, das machen wir erstmal, ich gebäude, Hofstädt. Okay, hoffen wir mal, dass ich keine Anrufe, oh, nur noch zwei Monate, wegen der Nahrung. Okay, wo sehe ich eigentlich, wie viele zugewiesene Familien nicht zugewiesen sind? Okay. Okay. Oh! Allgemeines Lager ist voll. Ah. Können wir hier erstmal anfangen. Und jetzt haben wir keine freien Familien mehr. Wenn das Holzfällerlager selbst arbeitet. Okay, wir brauchen das hier Fleisch und heute. So ein Slow. Nachdem die Nächste sind erreicht, dann erhaltet ihr die Einwuchs. Schaltet Entwicklungszweige frei. Okay, alles klar. Also es ist die Frage, ob wir jetzt eine Köhlerei machen. Das hatte ich gesehen, weil das bessere Brennstoff bietet. Ausländische Handelslogistik vom Viertel. Einsteller, Bienenzucht, Streuobst. Okay, schwerer Flug. Ich glaube, wir machen das erstmal. Okay, Bauch und Zambauern. Nicht Nahrung, Fleisch und Brot. Okay. Okay. Das finde ich eigentlich cool. Und dann müssen wir irgendwie Landwirtschaft, Powerhouse erfülle ich um auf Feldarbeit zu. Bei Vieh. Ja ich weiß dass ich keine zugewiesenen habe. Ich weiß nicht, dass ich keine Zutatze habe. Untertitelung des ZDF, 2020 Damit sollten die doch jetzt eigentlich hier anfangen zu arbeiten Ha, wir können jetzt drei Monate durchhalten, Gott sei Dank So, vier Flächen Weizen So, also, müsste hier sehr groß sein So, ungefähr ein Morgen Ein Ohr Okay Brach Weizen Fruchtwechsel Brach Drittes Jahr Gerste Alles klar Okay Die auf Feldern In Bauernhäusern werden Familien, die auf den Feldern arbeiten Die Arbeitskräfte werden Anteiliger und deswegen im Feld verteilt werden Fürchte erzielen sie die Bestimmung, wodurch Fruchtbarkeit des Bodens vorübergehend sinkt Was ein weiterer für ein sukzessive Abnader entscheidet er für Fruchtwesen und pflanzt jedes Jahr anderer Feldflüchte Okay Oder Brachliegen Okay, wir machen jetzt hier Weizen 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 Dann Brach, dann Gerste Okay, und hier machen wir Flax Fruchtwechsel Brach Ne Äh Brach Nee Flax Nee Flax Brach Und Äh Weizen So, kein Bauernhaus Und dann bauen wir hier doch mal ein Bauernhaus hin Lagerhaus, Packstation Speicher Speicher Ah, Bauernhaus Das ist schwerer als es sieht Äh Äh Und konnte ich hier noch nicht irgendwie noch Rundbauen Aber Wir haben hier nirgendwo Aber Wir haben hier nirgendwo Ja Und Oh Gott Äh Baden Winter Dorfschmiede, Brennofen, Hälzerei, Gerweih, Weberei, Färberei, Steinmetz-Abbau-Grube, Kohlemeiler. Das können wir doch hier unten direkt hin bauen und Forsthaus. Oh. Nahrung drei Monate, Brennstoff zwei. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bekleidung Kirchenstufe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Kohlemeiler. Zwei Personen. Speicher. Oh. Oh, this is heavier than it looks. Okay, kriegen wir das irgendwie hin? Okay. 30. Oh. 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 Muss das dann abgeholt werden? Oh. 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 Okay Alles klar, saisonale Ressourcen Oh Gott, wir kriegen Winter Na, sterben wir die erste Runde direkt? Oh Produziert der denn? Oh Ich bin ein, ich bin ein, ich bin ein. Das war's für heute. Das war's für heute. Ah ja, ich weiß, dass die Nahrung zu Neige geht. Ich will mal gucken, kriege ich das hier hin? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, ich hab den ersten Winter überstanden. Wir haben nur sehr wenig Nahrung. Oh. Nee, Flax. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Schafzucht Windmühle 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 Oh. 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 Da hinten muss man also hin. Ok. Krass. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Limpf. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hmm. Who's using the auger? I need to drill holes for the pegs. 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 Okay. Okay. I need to drill holes. I need to drill holes for the pegs. 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 Was ist das? Hey, wir können wieder einen Monat durchhalten. Wir können wieder einen Monat durchhalten. So Wir brauchen Nahrung Okay Okay Oh God Okay 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 So Okay 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 So Brennofen zur Eisenbahn fordern muss einmal pro Monat aufgefüllt werden Dorfschmied okay Melzerei Gerberei Weberei und gibt es auch eine Schneiderei eine Schneiderei Wager voll Wager voll Wager voll Wager voll Wager voll So, das sollte ja Ein bisschen was springen Wager voll 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 Wager Wager voll Wager 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 voll 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 Düngerbäckerei besetzt. Oh, but... Danke, der böse Bär. Wofür wurde ich ausgewählt? Ich versuche gerade irgendwie Männerlord zu verstehen. Aber... Ich steige nicht so ganz durch. Ich steige nicht so ganz durch. Ich steige nicht so ganz durch. Ja... Also bis jetzt macht es mir Spaß, aber... ... zum Teil fehlt mir da noch ein bisschen was. mir fehlt so ein bisschen was wo gerade ein Mangel besteht zum Beispiel oder 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 aber sonst macht es bis jetzt Laune und was ich cool finde ist zum Beispiel wenn man Gebäude bauen will dass man hier ein Gebiet abstecken kann und dann sagen kann wie groß die sein sollen so dann kann man dann kann man so durch skippen und das ist richtig geil also das finde ich ganz nice dass du halt hier zum Beispiel so Plots auswählen kannst und dann baut er sich hier zurecht und er stellt dann das Haus da drauf was ich cool finde das gleiche zählt halt auch für den Marktplatz und noch ein paar andere Sachen auch die Felder hier oben sind genauso dass man halt nach und nach das anpassen kann aber sonst kenne ich mich von dem Spiel nicht so ganz aus ich habe jetzt hier noch ein Forsthaus gebaut auf was hier das dieses Gebiet hier neu bepflanzen soll mal kicken ob das funktioniert so und dann muss man einfach mal gucken worauf man richtig Bock hat dann kann man auch noch Forschungssachen machen ich habe jetzt aber erstmal nur ähm du kriegst es aktuell bei Steam für 29,99 aber äh ich glaube wenn man auf Anno steht und so weiter dann wird einem das echt gut gefallen besonders wenn einem äh Anno zu leicht war und das weiß ich gar nicht Moment hier oh ja hier guck mal also du kannst es wohl auch noch auf Epic GOG und äh ich glaube das ist sogar von Anfang an in äh Early Access äh ja es ist Early Access ich meine ähm Xbox Game Pass also wenn du den hast ähm dann kannst du da direkt drauf zugreifen oh ja Ja, aber ich mag solche Seiten nicht. Also ich kann es verstehen, dass man da kauft, aber meistens sind die nicht ganz legal gekauft worden, die Keys. Oder angeholt worden. Ja, also muss man sich überlegen. Was für Spiele spielst du denn? Hi, Hyper, Hyper X, Tricks, Z. Ähm, es ist ganz angenehm zu spielen. Der Regen ist nur so ein bisschen komisch. Aber bis jetzt macht das Laune. Es macht auch das, was bei einigen Spielen echt blöd ist, wie zum Beispiel bei Anno, dass du halt nur in einem Viereck bauen kannst. Ist hier ein bisschen anders. Du kannst sagen, in was für einem Bereich du bauen willst. Das passt sich hier an die Größe und Biegung der Straße an. Dann kannst du einfach sagen, okay, ich will in diesem Gebiet jetzt Häuser bauen. Und dann zeige ich dir die an, wie ungefähr die gestellt werden. Wie viele Häuser. Ja, das macht mega Laune. Dann kannst du hier auch einfach ein Haus in die Ecke hier reinstecken. Und das passt halt perfekt. Das heißt, du brauchst nicht mehr darauf achten, wie du Wege baust. Ähm, ein paar Infos fehlen mir noch. Ähm, zum Beispiel, ob hier überhaupt was produziert wird oder nicht. Das ist da... Ist irgendwie keine Info. Das wäre noch irgendwie schön. Das gleiche auch hier mit den ganzen anderen Sachen. Äh, dass man einfach sieht, hey, da wird gerade was produziert. Ähm, so und so sieht's aus. Und irgendwie kann ich das Bauernhaus hier nicht mehr anklingen. Genau. Und was ich noch cool finde ist, ähm... Äh, wo hab ich's denn? Hier. Ich hab dem Haus hier gesagt, der kann gerne einen Gemüsegarten anlegen. Und dadurch produziert der jetzt nebenher passiv zusätzliches Gemüse. Und man kann Wohnraum erweitern. Cool. Das wusste ich auch noch nicht. Ja, und das gleiche hier auch auf dem Marktplatz. Man kann denen die Größe anpassen, wie man's haben möchte. Und dann bauen sich da nach und nach kleine Stände auf. Danke für den Follow. Aber man muss dazu sagen, ich finde, das ist so ein Low-Pace-Game. Man kann sich das angenehm einfach laufen lassen. Bisschen bauen und nebenbei noch was anderes machen. Und was ich halt noch cool finde, ist das hier. Du kannst in... ...auf die Welt runtergehen und dir einfach mal die Sachen angucken. Wie das aus... ...aus dieser Position aussieht. Und dann siehst du halt auch, wie du gebaut hast. Und wie das dazu passt. Also hier wird das Haus gerade noch gebaut. Zwar ist das noch nicht so ganz gut, aber ich finde, es ist schon sehr nice umgesetzt worden. Ja, oder? Also das bei, ähm... Anu konntest du das zwar auch machen, aber das war nicht so geil. Und das hier bietet halt auch in... ...in dieser Ansicht echt... ...coole, äh... ...grafischen Sachen. Und... ...hier an diesen Häusern habe ich nix gemacht. Die sehen zwar zum Teil noch identisch aus. Aber... ...sind auch recht unterschiedlich... ...positioniert und gebaut worden. Und... ...das sieht echt cool aus. Und die Idee dahinter ist halt auch echt cool. Ja, und so kann man dann die... ...Region auch noch erkunden, was man da gerade gebaut hat. Ja, und... Ich bin, glaube ich, gerade hier oben hingelaufen. Oh. Jetzt ist der Bereich hier fertig. Genau, und jetzt fehlt mir eigentlich nur noch Bekleidung. Das wird in der nächsten Saison gebaut. Der böse Bär... ...ne, ich habe keine Ahnung. Ich habe den nur... ...standardgemäß... ...eingesetzt. Oh, ich war seit Ewigkeit nicht mehr angemeldet. Aber den könnte ich mal... ...gibt es denn hier irgendwas? Gibt es denn hier irgendwas? Also, ich finde es besser, wenn du dir bei irgendwem das Spiel vorher einmal anguckst... ...bevor du dir das kaufst... ...und dann entscheidest, ob du dir das kaufen möchtest. So. 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 Ja. Kann ich gerne machen. Ich habe gerade mal in Stream-Elements reingeguckt. Damit habe ich mich noch gar nicht beschäftigt. Also. Man kann anscheinend auch hier handeln und so weiter. Aber das habe ich erst mal zur Seite gepackt. So. Brennholz kann erst mal weg. Da haben wir noch genügt. Bärenkräuter. Okay. Davon brauchen wir nicht so viele. Ich würde gerne dem Bauernhaus hier noch was zuweisen. Aber ich kann das nicht auswählen. Aber was ich auch cool finde, ist, du kannst hier automatisch eine Drei-Felder-Wirtschaft einbringen und dadurch die Lebensmittelqualität auch noch verbessern. Und die Wege-Funktion finde ich auch geil. Der macht automatisch... Du kannst so... Wo sieht man das gut? Und hier... Du kannst halt natürliche Wege bauen. Was ich cool finde. Und... Äh... Der biegt sich auch zurecht. Das heißt... Die Wege sehen... Bisschen natürlicher aus. Was... Was... An sich echt cool ist, weil es dann halt wieder nicht wie... Wie in Anno... Ähm... Einfach so gerade Striche irgendwann am Ende sind. Ja... Da hast du recht. Äh... Du... Du siehst hier, wie die Fruchtbarkeit nach unten geht. Und ich habe jetzt hier braches Land gemacht. Und... Danach wird dann andere Sorten angebaut. Ja, aber eigentlich bräuchte ich mal Flax. So. Und hier mache ich jetzt mal... Flax. Weizen. Wenn der denn jetzt noch pflanzt. Und ich... Speichere mal eben und dann... Du darfst aber nicht zu... Auf dieselben Sorten anpflanzen. Auf demselben... Genau. Mach doch auf jeden Fall eine eigene Sorge. Und dann immer ein Feld weiterschieben. Damit du das immer ein... Ja, das kannst du mit dieser... Mit diesem Fruchtwechsel machen. Und jetzt ist hier gerade auf den beiden Feldern... Ist brach. Dadurch wird die... Äh... Fruchtbarkeit zurückgesetzt. Oh, man sieht das Pflanzwachstum. Das ist echt... Geil umgesetzt. So, ich speichere nochmal eben. So, Speicherstand Nummer 3. Ich wollte einmal laden. Um zu gucken, ob... Ich dann wieder Zugriff auf das Bauernhaus hat. Cool. Ja, ich hab... Deswegen hatte ich keine Leute. Hä? 45... Das. Es kann sein, dass die... Nicht angepflanzt werden können, weil... Die Saison nicht mehr ist. Weil schon Juli ist. Dann machen wir das hier. Brach. Ne. Brach. Flax. Weizen. Ja. Ja. Nahrung nur 4 Monate. Im September kriegen wir was Neues dazu. Aber wir können mal... Kohlemeiler. Sägegrube. Steinmetzlager. Steinmetzlager. So. Export-Import-Preis. Okay. 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 Wir haben schon zwei Ochsen. So, Handel... Und verkaufen wir mal auf... Und verkaufen wir mal auf... 50. Okay. Oh. Oh, oh. Ich will hier hinten ein eine Lederverarbeitung mit Gerberei. Malzerei. Arbeiter nutzen Gerste, um daraus Malz herzustellen. Der Vorderen muss einmal pro Monat aufgefüllt werden. Färberei. Das ist ein Brennofen. Dann ist das hier so ein bisschen Industriegebiet. Oh. Jetzt haben sie hier den Weizen abgebaut. Nice. Jetzt haben wir 58 Weizen. Okay. So. Here. Okay. Now, how are you? Now, we're on. Now, let's go. Now, let's go. Now, let's go. Gibt es Okay, wir haben jetzt bis zu 50 Bretter verkauft Nice Okay, wir haben Cool, der Handel funktioniert auch So, Bedürfnisse Wir brauchen Bekleidung, Leder Kräutergarten Oh Die Traverne ist fertig Die kann aber noch nichts Weil wir hier keine Okay Auf jeden Fall Und ich hoffe, das macht Einigermaßen Spaß Und wenn du Fragen hast, gerne Reinstellen Ich bin hier zwar noch Mitten dabei, es selbst Zu lernen Aber Ja Man findet da schon Sachen raus So Färberei und Gerberei Okay Okay. Okay. He sped it in my face and tried to carve me a new nickel. Vegetables, get your daily dose of greens. Healthy and healthy. Oh, ein Bekleidungsstand. Ich will das hier nämlich als erstes upgraden. So. Ah, dann kann man hier Artisanen bauen. Ziegelstahl. Okay. 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 So. Ich glaube hier hinten müsste ich mal sowas noch hin bauen. Nicht genügend Materialien. Oh ja. Ja. Okay. Oh, Steinkirche. Oh, my God, I have to carry this. That was a problem. Oh, Stufe 2. Und dann brauchen wir wieder vier Holzstämme. Ach, das will ich mir mal angucken. Wo ist die Kirche? Ah, hier. So, das hier wird jetzt unser erstes Haus, Stufe 2. Bye. Okay. Ja, sorry. Stufe 3. Stufe 3. Und wir brauchen Dachziegel. Wie stellt man denn Dachziegel her? Aus Lehm. Oh, hier unten ist 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 Lehm. So, und dann machen wir hier ein paar Upgrades. Oh, hier unten ist Lehm. Oh, hier unten ist Lehm. Oh, hier unten ist Lehm. Können wir hier noch in die Mitwas reinsetzen? Oh, hier unten ist Lehm. 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 So, bombe ich hier jetzt noch ein. Uh. So, was nehmen wir denn jetzt hier? Verdoppelt. Kapazität aller Bärenbüsche. Schwerer Flupfen. Zur Besserung durch die Dürre verursacht erheblich Roggenanbau. Gesetze. Dann machen wir hier Streuobst. Guck mal. Und dann könnte man hier um diese Region hier... ...kuchen wir uns. Soll ich hier nicht. Soll ich hier nicht. Soll ich hier nicht. Was gibt es? Ja! Äpfel. Not enough well. Okay. Sägegrube. Hab ich Viehbestand? Handeln. Handeln. ok dann müssen die doch hier von weg gehen weil ich ja Ich gebe das. Zwei... Oh. Zwei... Habe ich noch irgendwo? Ich habe hier hinten einen Ochsen, ne? Äh, hier. Was hier? Ich habe hier, ich habe hier, ich habe hier. Ich habe hier, ich habe hier, ich habe hier, ich habe hier. Ich habe hier, ich habe hier, ich habe hier. Ich habe hier, ich habe hier, ich habe hier. Ich habe hier, ich habe hier, ich habe hier. 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 Ich habe hier. Ich habe hier, ich habe hier. Ich habe hier, ich habe hier, ich habe hier. Ich habe hier, ich habe hier. Ich habe hier, ich habe hier. Ich habe hier, ich habe hier, ich habe hier. Ich habe hier, ich habe hier, ich habe hier. Ich habe hier, ich habe hier. Ich habe hier, ich habe hier, ich habe hier, ich habe hier. Ich habe hier, ich habe hier, ich habe hier. Ich habe hier, ich habe hier, ich habe hier, ich habe hier, ich habe hier. Ich habe hier, ich habe hier, ich habe hier, ich habe hier. Ich habe hier, ich habe hier, ich habe hier, ich habe hier, ich habe hier. Ich glaube, ich muss hier noch ein Lager bauen. Ich glaube, ich muss hier noch ein Lager bauen. Ich glaube, ich muss hier 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 ein Lager bauen. Was haben wir denn hier auch für ein kleines Dorf? Was für ne Stufe haben wir denn? Sieht das nur so aus? Oh Gott. Willkommen im Burgplaner. Alles klar. Okay. 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 So... So. Oh Gott. Joa, auf jeden. Dankeschön. Ähm. Ja, ich, ich. Ich. Danke nochmal. Ähm. Ich muss mal gucken. Ich, äh, daddle immer unter der Woche. Und. Ich. Ich muss mir mal den. Ups. Moment. Hilfe. Oh Gott. So. Gott. Wieso finde ich das nicht? Ich wollte mir eigentlich deinen Kanal mal angucken. So. Den speichere ich mir mal weg. Und dann sieht man ja, wenn du das nächste Mal online gehst. Dann werde ich mir das mal angucken. Alles. Steine nach der Schusskammer. Alles klar. Oh. Auf jeden. Da gucke ich mal vorbei. Horror. Der hört sich lustig an. Und. Was planst du zu spielen? Okay. Das Medium habe ich noch nie gehört. Ich werde mir das morgen mal angucken, würde ich sagen. Danke, wünsche ich dir auch. Und dann einen schönen Tag dir noch. Achso, du bist im Lerk. Okay. Cool Emojis. Die finde ich nice. Oh ja, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob ich sowas auch habe. Noch ein Gesetz verfügbar. Achso. Oh ja, auf jeden Fall. 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 So, Wohnhaus. So, weg. Oh ja, auf jeden Fall. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Oh, wir haben keine Nahrung mehr ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Was ist das? Und als nächstes sollte ich auf jeden Fall den Flug herstellen. Und als nächstes sollte ich 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 den Flug herstellen. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und die hier kann ich upgraden mit 10 Dachschindeln. Weiß, ups. ... 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 Not enough weld. Put the icing on the cake. Add the cake. When it was done, I will add the cake. If it's tej-를 assistants. I passed the cake and I would addned my cake. Toss it. I'll add the cake. The cake I was finished. When I added the cake, the cake and I kept it in the cake. Untertitelung. BR 2018 Das war's für heute. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Wir haben jetzt ordentlich Roggen. Untertitelung. BR 2018 Mal gucken, was das bringt. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Drei brauche ich. So. Ah, ich brauche überhaupt keine Steuern erheben, weil ich damit nichts machen kann. Okay. Oh. Vielleicht sollte ich das hier als nächstes erhöhen. Untertitelung. BR 2018 Das war's für heute. So, damit habe ich den nächstgrößeren Ort erreicht. Und hier will ich jetzt mal gucken, ob ich dann... ...zwei mal Vieh... ...zwei mal Vieh... ...zwei mal Vieh... ...zwei mal Vieh... ...zwei mal... ...zwei mal Vieh... Vielen Dank. 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 Oh Gott. Ich habe kaum noch Brennholz. Oh ja. Bis jetzt macht es echt viel Laune. Das Einzige, was ich bei mir problematisch ist, ist, ich weiß nicht, wie ich, oh doch, mit 10. Kriegs. Ja, ich bin hier am Experimentieren. Experimentieren. Und... 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 Ja... Und... 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 Sollte Okay, ich weiß nicht, wie weit das hier in dem Spiel läuft. Ah, wenn das Feld brachlicht wird, ist besonders. Hm, ich muss mir das mal angucken, wie genau ich das mache. Ja, ich muss mir das mal angucken, wie genau ich das mache. Ja, wir werden es irgendwie rausfinden. Ich will ein bisschen Zehnte bekommen und zwar, dass wir in welche Region gehen können. Ja, ich muss mir das mal angucken. 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 Was kann denn der Schmied bauen? Wofür brauche ich denn Werkzeug? Ja, ich muss mir das mal angucken. Ja, ich muss mir das mal angucken. Musik Ah, hier, Schneiderei. Äh, nee, ich hab erstmal ohne gemacht. Ich wollte erstmal das Spiel kennenlernen. Okay. 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 Genau. Genau. Das ist der Plan. Die nächste Idee war es für mich jetzt, damit es ein bisschen einfacher ist, ich hätte hier vielleicht noch eine kleine Siedlung aufgebaut. Und dann mit einer Packstation irgendwie hier hin und her gebracht oder so. Aber ich weiß nicht, wie genau das läuft. Und ich, so, Bienenhausbrücke. Ich weiß nicht, wie genau das ist. Oh. Ich weiß nicht, wie genau das ist. 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 Ah. Ja! Auf jeden. Das finde ich auch richtig cool. und dass du dir das dann alles angucken kannst und man kann sogar mehrere herren häuser bauen aber ich habe das limit erreicht ach so weil der braucht so viel ok ich brauche Farbstoff ich brauche so viel zu viel Irgendwie konnte man sich doch Sachen angucken. Oh cool. Oh cool. So. Ahem. There we go. Okay, vielleicht sollten wir als nächstes das hier holen. Mit 100, äh mit 1000 Einfluss, okay. 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 So, wir wollen ein Roggenfeld bauen. So, wir wollen ein Roggenfeld bauen. So, wir wollen ein Roggenfeld bauen. Roggen. So, Flachs. So, machen wir das hier in Flachsfeld? So, wir wollen ein Roggenfeld bauen. So, wir wollen ein Roggenfeld bauen. So, wir wollen ein Roggenfeld bauen. Okay, ich muss nicht wechseln. Vielen Dank. 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 Karotten. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Hmm. ... 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 Äh, warum? Ja, warum? Was ist das? Okay, das ist natürlich die große Frage, warum es nicht? Was ist das? 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 Wie kann ich das hier hinten nämlich abreißen? Was ist das? Was ist das? Sie dringend. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. 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 Jetzt ein zweites Bauernhaus bauen. Das war's für heute. 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 Okay, dadurch haben wir jetzt ein zweites... Jetzt machen wir jetzt erstmal keine Upgrades. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. So, was brauche ich jetzt dafür? Das war's für heute. 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 Okay. Okay, nach und nach wird's jetzt besser. Äh... Das ist hier Sturm. Das ist hier Sturm. Das ist hier Sturm. Okay. Das ist hier. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh Gott, jetzt habe ich auch noch einen Grafikfehler. Okay. Ich frage mich ja, ob man später auch noch Stadtmauern und sowas bauen kann. Ich frage mich ja, ob man später auch noch einen Grafikfehler hat. Okay. 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 Das ist super. Wir haben aber keine Kleidung mehr. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Schreinerei will ich erhöhen und dafür brauchen wir Gerste. Okay. Gerste. Prachligen, Roggen. Prachligen, Pflachs und Roggen. Prachligen, Pflachs und Roggen. Prachligen, Pflachs und Roggen. Prachligen, Pflachs und Roggen. Prachlange, Pflaches und Roggen. Prachliste. 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 Prach office. Was können Pferde machen? Da, Pferde. Wow. 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 Hallelujah. Wow. 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 Du willst sie gleich wieder braten. Wir können hier aber... Ähm. Hier, wie heißt das? In Handelsposten gehören die Pferde und in die Packstation gehören... Äh... Esel. So. Die Idee war jetzt... Oh. Das hier jetzt zu holen. Und zwar für die... Bärenbüsche und für die wilden Tiere. Und dann gucke ich mal, ob ich hier in der Zentral irgendwie... Wie so direkter Fleischverarbeitung. Die... Die können auch, äh... uns unterstützen und helfen. Und dann will ich mir die wilden... Und ich will da... wo es jetzt... Alles klar. Oh, das fängt hier direkt bei Null an. Äh... Womit fange ich denn jetzt an? Womit fange ich. Untertitelung. BR 2018 Ah, jetzt sind die Steilflächen eingegangen. Okay, super. Ähm. So, ich wollte eine Packstation bauen. Einfach mal gucken, was die bringt. Okay, wir haben keinen Korn mehr, also können wir das abbrechen. Wie viel Mehl haben wir noch? Brennholz, so. 342 Brot. Hm, 13 Monate können wir durchhalten. Ooh, nice. Oh, nice. Oh, nice. Oh, nice. Oh, nice. Oh, nice. Dann gibt es hier nur noch Fleisch und abgeschlachtete Esel und Ochsen und das ist echt nicht nett von dir und dann und 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 Ah. Da müssen wir leider ein bisschen Grundsteuer erheben. Das ist ein bisschen wasser. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Schade, dass man sich das Overlay nicht anzeigen lassen kann. Schade, dass man sich das Overlay nicht anzeigen lassen kann. Ja, das sieht doch gut aus. Untertitelung. BR 2018 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 Und hier... Untertitelung. BR 2018 Waren das doch ein paar mehr zu viele Äpfel. Kostet 250, okay. Oh, jetzt könnten wir bauen. Ich hatte jetzt hier im Bauerndorf gesagt Bescheid. Confirm. Ich habe hier im Bauerndorf gesagt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020